Heute haben wir das Statement. Ich bin gerade auf dem Weg. Leute, es ist nur noch ein paar Kilometer. Fünf. Denn ich möchte auch, äh, in Philippa's Zähne, in Philippa's Nähe möchte ich auch noch das aufnehmen, so die nächsten Lines, die nächsten Tracks, sogar. Dabei gebe ich mich hin. Also das sage ich jetzt nicht, das ist schon klar, ne? Es ist jetzt nur noch ein paar, es ist jetzt nur noch ein paar Stress. Weil, währenddurch kommt ein Gewitter, es ist nicht so schlau. Ich muss nur kurz gucken, ob das so hinpasst mit der Belichtung und so. Ob es da genug Licht gibt. Für morgen. Und danach gehe ich wieder weg. Das dauert 15 Minuten zu Tram. Dann muss ich mich schnell bewegen. Lol, Digga. Das ist so ein ganz anderes Bezirk, Digga. Ich weiß auch nicht, wo. Das ist München. Es ist nicht in München. Okay, 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 okay. Es ist nur in meiner Stadt, aber ich sage nicht, wo. Ja, alles. Also, wir wollen ja noch ein bisschen Datenschutz behalten. Wir wollen keinen Datenschutz-Break machen. Hey, auf die Kamera nach oben. Wir gehen jetzt live. Gehen wir jetzt in die Nähe, Leute. Und dann nehmen wir da auf mit Joe Genius. Nehmen wir Spaß. Joe Genius ist nicht dabei. Aber wir nehmen auf damit mit zwei Mitgliedern der Joe Exus-Break. Mit denen nehmen wir in Philippa's Nähe auf. Ich sage aber nicht, wo. Wie gesagt, Digga. Das soll ich immer noch Datenschutz behalten. Wir wollen ja noch im Datenschutz-Marce bleiben. Wir wollen ja nicht ganz so unfair sein. Kennen Sie noch Lea Beta mit meinem Schulleiter? Genau das meine ich dann. Genau das Problem. Leute, genau den Track. Wow. Sieht ganz anders aus, Digga, Bro, Leute. Ciao.